Wir sind Horst und Hans und das ist Neighborhood Barbecue. Das ist für alle, die mehr wollen als nur eine Bratwurst auflegen. Ja, herzlich willkommen zu einer nächsten Folge von Neighborhood Barbecue. Wir werden heute, ich übergebe das Wort und Hans. Ja, ausnahmsweise darf ich heute mal anfangen. Wir machen heute im Dutch Oven schön Schweinebäckchen, ein wunderbares Schmorgericht. Wir haben schon mal so ein Video gemacht, damals haben wir aber recht früh angefangen, ich glaube das war das zweite oder dritte Video. Das hat unserer Meinung nach ein bisschen wenig Beachtung gekriegt, weil das ist wirklich ein besonderes Gericht. Und es ist auch wirklich ein richtig leckeres Gericht und deswegen wollten wir es heute euch einfach nochmal zeigen, in abgewandelter Form. Und Horst, was haben wir da alles für? Ja, ein Wort wollte ich nochmal sagen, dieses Gericht eignet sich tatsächlich auch zu den schönen Festtagen, die wir haben. Und dafür haben wir hier die berühmten Hauptdarsteller, die Schweinebäckchen, ganz normales Suppengemüse und das stellt Hans vor, weil ich kann das alles nicht sehen. Ja, wir haben natürlich noch Salz und Pfeffer, ein bisschen Zucker, Kräuter der Provence, Tomatenmark, wir haben ein bisschen Rinderfond, Öl zum Anbraten und ein Dunkelbier. Ihr solltet ruhiges Schwarzbier nehmen, das kommt immer besser, sonst wird es bitter. Ich hoffe, Hans denkt daran, dein erster Schluck ist immer für den Koch. Genau. Hier kommt das Inferno. Hans, der Rest ist deine Aufgabe. So, wie schon versprochen, es soll ja nicht mehr so lange dauern, wir sind schon in die Cota umgezogen, haben hier alle Zutaten platziert, ein Paprika-Edelsüß hat sich noch dazu gemogelt, muss ich gestehen. Und wir haben das Gemüse klein geschnitten, das ist da hinten in den Boxen drin. Hier sind die Bäckchen, Öl ist im Topf und wird jetzt langsam heiß. Ich werde jetzt nochmal die Bäckchen ein bisschen salzen und dann werden wir die schön anbraten, Stück für Stück. Einmal ordentlich rüber, kurz vorm Anbraten, da macht ihr nichts mit falsch. Und jetzt starten wir und braten die Bäckchen eben einmal kurz bei voller Hitze, schön braun. So, die Bäckchen sind angeschmort, so sehen sie jetzt aus und jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Das ganze Gemüse kommt rein, unten hat sich jetzt ein richtiger Satz gebildet vom Fleisch am Braten. Jetzt packen wir hier den Porri rein und auch den ganzen Rest vom Suppengemüse. Hochgeschnitten, hat Borst ganz toll gemacht. Danke Hans, danke Hans. So, und das rühren wir jetzt erstmal ein bisschen ein und braten das mal eben so locker. Ja, fünf Minuten an und dann sehen wir uns wieder. Ja, vier, fünf Minuten hat es gedauert, das Gemüse ist jetzt schön angeschmort. Also, es kommt ein bisschen Paprika-Ingelsüß dazu. Ein bisschen Angst. Ja, das wird einmal nur mit eingerührt und dann geht es gleich weiter. Und zwar mit Tomatenmark. Hier könnt ihr ruhig einen guten Schuss dazu geben. Und immer wenn wir Tomatenmark benutzen, ich bitte darum, Horst, danke, dann schießen wir auch immer einen Schuss Zucker dazu. Das braten wir jetzt schön erstmal eine Minute mit an. Und wenn das dann eine richtig schöne, dunkelrote und orange Farbe bekommen hat, dann seid ihr genau richtig und dann wird abgelöscht. Bis gleich. Ja, ein Minute ist vorbei und jetzt wird Hans ablöschen. Ich rühre dabei weiter. Das machen wir mit unserem Dunkelbier. Einfach nur einen kurzen Schuss rein. Genauso wie jetzt sollte es schön zischen. Da lösen sich unten am Dutch-Ofen-Boden schön die Röstaromen. Und ihr könnt diesen Schritt bestimmt, ja, je öfter ihr den wiederholt, desto mehr Bums kriegt nachher eure Soße. Wir werden das jetzt zwei-, dreimal machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Zwei-, dreimal haben wir es jetzt gemacht. Jetzt gießen wir locker das halbe Bier mit rein. Dann verschwindet auch ein bisschen der Dampf. Horst pustet schon. Dann kommt noch ein bisschen Fond dazu. Ungefähr 500 Milliliter. Und jetzt kommen unsere ganzen Bäckchen wieder mit herein. Die Bäckchen sind jetzt drin. Sie sollten ungefähr so, wie es jetzt hier zu sehen ist. Sie sollten nicht komplett unter Wasser getaucht sein, aber sie sollten schon schwimmen. Ein bisschen gießen wir noch nach. Dann nehmen wir hier noch mal ein bisschen was von unserem Schwarzbier. Sehr schön. Und jetzt kommen noch ein paar Kräuter der Provence dazu. Passt unheimlich gut zu den Schweinebäckchen. Das wird alles noch mal mit untergerührt. Und dann geht gleich der Deckel drauf und wir werden den Dutch Oven so belegen, dass wir so um die 150 bis 160 Grad haben. Und dann bleibt der Deckel erst mal für zwei Stunden geschlossen. So sieht unser Dutch Oven jetzt aus. Wir haben ihn fertig belegt. Hier sind 15 Kohlen auf dem Deckel. Sieben sind unten drunter. Wenn 16 auf dem Deckel landen, ist es auch in Ordnung. Ihr seid dann ungefähr in einem 12er Tief. Das ist ein Camshaft. Der ist gleichzusetzen mit dem Petromax FT9. Dann seid ihr ungefähr bei 150 bis 160 Grad im Inneren des Dutch Ovens. Dafür gibt es auch Belegungstabellen. Könnt ihr auch mal eben im Handy gucken oder was. Aber wir haben jetzt hier sieben unten drunter. 15 auf dem Deckel. Und die sollten für die nächsten zwei Stunden erst mal reichen. Und dann hoffen wir, dass die Bäckchen ultra zart sind und freuen uns auch schon gleich aufs Verkosten. Zwei Stunden sind rum. Wir schauen jetzt mal rein. Horst ist so frei und nimmt den Deckel ab. Er gibt sich ganz viel Mühe mit dem Deckelheber. Und wir hoffen, dass die Kohle schön auf dem Deckel bleibt. Nein, das bleibt schon. Fertig? Ja. Okay. Oh, Alter. Oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ich hoffe, ihr seht ein bisschen mehr als Dampf. Wir werden uns jetzt der Kohle entledigen. Und dann sehen wir uns drinnen noch mal wieder. Und dort werden wir auch noch mal das Geheimnis lüften. Wie versprochen, jetzt wird drinnen noch mal ohne Kohle der Deckel gelüftet. Horst ist so frei. Das wollte ich sagen, Hans. So, oh, Alter. Jawohl. Perfekt. Ich bringe den Deckel drauf. Man sieht so gut wie gar nichts. Die Bäckchen sind alle versunken. Aber macht euch keine Sorgen. Wir fischen die ganzen Bäckchen jetzt da gleich raus. Tun sie in eine kleine Kunstesform. Dann kommt das in den Ofen bei 30 bis 50 Grad. Einfach, dass sie warm bleiben. Und dann werden wir hier den ganzen Spaß, der übrig geblieben ist. Nämlich das ganze Gemüse, was hier überall ist. Das werden wir noch mal passieren. Dann wird das alles gesiebt. Dann wird das noch mal aufgekocht. Was da drunter rausgekommen ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, die Bäckchen haben wir jetzt aus dem Datschofen rausgeholt. Jetzt kommt Horst mit seiner Küchenhexe und mixt noch mal alles an Gemüse volle Pulle durch. Ja, wie ihr seht, wir haben die Schweinebäckchen jetzt schön auf einem Brett drapiert. Dahinter ist das Brot. Wir haben schon ein bisschen die Soße einreduziert. Und das mal eben drüber gegossen. Ich zeige es euch jetzt einfach mit meinen Händen. Wir sehen einfach nur spaßeshalber, wie zart diese Dinger sind. Man nimmt die in die Hand und die fallen so auseinander. Das ist so ein unfassbar butterzartes Fleisch. Wir machen es mal einfach mit einer Gabel, dass wir einfach nur sagen, hier. Seht ihr das? Hier ist keine Kraft. Das ist fast wie ein Pulled Pork. Das fällt so auseinander. Und wenn ihr dann natürlich noch so eine schöne Schmorsauce habt, da geht einfach nichts mehr drüber. Und deswegen, so wie es hier jetzt liegt, werden wir den ganzen Spaß verkosten. Und glaubt uns, da freuen wir uns schon den ganzen Abend drauf. Das wird der Hit. Ja, nun ist es wieder an der Zeit, dass wir ein Resümee ziehen müssen. Ich fange einfach mal an, Hans, mit deinen Einverständnissen. Gerne. Ich sage einfach mal im Großen und Ganzen, das war eine richtig runde Sache. Ihr habt im Video gesehen, die Dinger, die Ochsenbäckchen, die Schweinebäckchen waren zart wie Hulle. Die Soße dazu war spitzenmäßig. Als Beilagen dafür würde ich vorschlagen, nehmt euch Knödel, nehmt euch Kartoffeln oder nehmt euch Spätzle. Das ist so eine gute Beilage. Oder ihr macht die einfache, weil ihr Abend drin, wie so wie wir. Wir haben einfach ein Stück Brot geschnitten. Genauso gut, genauso gut. Nur eins muss ich noch eben dazu sagen, Schweinebäckchen kriegt ihr nicht so an der Theke. Die müsst ihr vorbestellen. Denkt daran, auch nicht einen Tag, lieber eine Woche vorher bestellen, damit ihr die auch sicher kriegt. Weil das ist Kopffleisch, das geht mit Wasser ein für die Sülze. Also, für mich war es ein rundes Gericht. Top, Hans. Ich schließe mich Horst voll und ganz an. Ultrazartes Gericht, super geiles Schmorgericht. Ideal für die Weihnachtszeit auch geeignet. Und man muss einfach sagen, mir gefällt ein Schweinebäckchen auf jeden Fall viel, viel besser als zum Beispiel so ein Ochsenbäckchen. Weil da habt ihr immer noch so ein bisschen, ich sag mal einen hohen Kollagenanteil. Und dann habt ihr immer diesen Glibber da drin. Und das ist halt bei den Schweinebäckchen überhaupt nicht. Und deswegen ist das einfach nur vom Feinsten. Und wenn ihr richtig übertreiben wollt, dann nehmt ihr noch welche vom Duroc oder Iberico. Keine Ahnung, aber macht es einfach nach. Man sieht es nicht so oft. Das ist ein herrliches Gericht. Versprochen, das wird jedem schmecken. Definitiv. So, und jetzt bleibt uns nur noch eins. Sollte euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch bitte einen Daumen nach oben. Oder noch besser, ihr abonniert unseren Kanal. Und über den vorhandenen Kommentar freuen wir uns natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. So sieht's aus. Macht's gut. Ciao. Ciao.